Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mist Survival. So, wir müssen, also müssen ist gut, aber wegen des Plans zuerst, ich möchte das Benzin abgreifen. Ja, ich gebe es ja zu, Benzin abgreifen, super tolle Sache, Benzin abgreifen, ich will es, ich will das ganze Benzin. Was war das? Ja, nein, den nehmen wir nicht. So, da waren wir drin, wahrscheinlich waren wir in dem auch schon drin. Ja, gut, so viel zu im Voraus aufnehmen. Na, 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 na. So, dann fahren wir da mal rein. Da fahren wir rein. Da stehen eh keine normalen. So, hier. So, wir fahren vorne zum, beim, 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 bei der Vorderausfahrt wieder raus, genau, und platzieren den Wagen hier. So, wir schauen da rein. Ein bisschen vorsichtiger sein, nämlich wegen, ja, 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 ja. Wegen, oh, wegen des Bären. Ah, na, wenn ich die Chance habe, hier, Benzin noch so viel abzugreifen, weil, respawn oder was auch immer, oder Bug, keine Ahnung. Ja, dann muss ich die Chance aber nutzen. Also das ist dann schon zwingend irgendwie erforderlich. So. So, super. Nein! Oh! Oh! Ui, 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 ja, boah, der Bär. Oh! Oh, wie fies von ihm. Aber wie fies. Ach komm, lass ihn ziehen. Oh! Wie fies. So was macht man doch nicht. Nicht mit dem Armenritzern. So, schauen wir mal ein wenig an Essen. Nö, jetzt den Bären. Wobei, ich sollte ihn töten, damit er weg ist. Kann ich denn von hier? Ich hätte ihn vorher erwischen sollen. So. Pass auf. Na klar. Einmal stecke ich ihn rauf. Dü, 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 dü. So. Ja, ich denke mal, das war es mit dem Bären. Na, 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 na. So. Fuß ist schwerst verwundet. Wir schauen mal wegen dem Batschern. Wir wissen alle, was geschieht. So, Moment, bevor wir da weiter Batschern. Ja, räumen wir hier. Oh, wir haben noch mehr Klee gefunden. Oh, ist mir die Kartoffel runtergefallen. Oh je. Da, 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 da. Vier Federn wieder. Sehr, sehr cool. So, die nehme ich da rein. Weil inzwischen brauchen wir es wieder. Und ich sage noch, achten wir auf den Bären. Du und ich, oh, und ich sage es noch. Jetzt ist aber langsam gut mit der Weihnachtsstimmung. Es ist bald Jahreswechsel. So, bevor wir da jetzt weiterschauen. Ja, ich weiß, der Plan, der Plan, das ist der Plan, der Plan. So, ich muss mich da anders hin, damit ich auch sehe, wenn es neblig wird. So. Wir nehmen das da. Und Batschern das mal weg. Und wo ist deine Machete? Hast du deine Machete wieder mal vergessen? Ja. So, wir Batschern auch das hier weg. Und ich wollte nur Benzin. So, nehmen wir auch viel noch. Ja, von mir aus. Jetzt ist es aber tot. Laufen wir dort noch hin und brechen uns wieder selber den Fuß? Das ist eine gute Idee. Ach so, die Autos, die am Hotelparkplatz stehen. Ja, da laufen wir hin. Mit gebrochenem Fuß. Nein. Nein. Verdammt. So, und dann laufen wir zum Auto. Und ich dachte, da gibt es noch Benzin. Ja, das wollten wir abgreifen. Also, wir ist gut. Oh, wie er reinschaut. Oh, mit offenem Maul. Oh. Ich hoffe, er hat nicht viel gelitten. So, wir könnten die Banditen zerlegen, weil da sind ja auch noch Autos drinnen und da gibt es vielleicht auch Benzin. Aber wir zerlegen heute die Bandits nicht. Nö, nö, nö. Nein. Oh, mein Gott. Ich brauche den hier. Moment. So, Motor ab. Aussteigen. So, nö. Wir schießen das Auto nicht. Wir erschlagen es. Na, 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 na. super so und fast hätten wir unseren fuß selbst zerstört bedienen ihren vorschlaghammer mit einem fuß ja super so ich weiß wir haben genug bandagen ich könnte jetzt noch einmal bandagieren bandagieren bandagiere doch nein will ich nicht oder tue zu okay ich bandagiere noch mal so da das musst du nicht tun ja aber jetzt kann ich laufen da wäre ihr das nächste auto gewesen ach verdammt naja das hilft nichts wie cool so vollgepackt mit fleisch und trotzdem hunger nur das werden wir mal essen 16 25 so dann ist gut dann wenn man da dringen dringen mit die warum warum da da ich glaube die straßensperre werden uns ein anderes mal zu gemüte führen warum warum mache ich das weil ich kann da 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 so sehr gut aber ganz schöne mengen schrott schwebe components so dann eher hier zuhause wenn man dann das ganze fleisch diesmal gleich durchgrillen und nicht irgendwie vergammeln lassen wieder wieder schon relativ lang her als mir das geschah damals geschahs da 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 naja 0,8 aber immerhin und schon wieder 7 liter abgegriffen ist super würde mich echt interessieren wie oft dieser kann man kann man das ist das gibt es irgendeinen ja jetzt geht es aber so ich werde alle fahrzeuge auf der map abklappern ja den plan vergesse ich nicht nein 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 den plan den vergesse ich auch 266 sehr gut das kann ich nicht mitnehmen aber dem hier den kann ich zerschlagen so unabhängig davon jawohl so und was da drinnen ist holen wir uns später ja wir waren ja wir waren ja oh mein gott der muss wirklich überall reinschauen überall muss er ach der gute rätts am bad in jedes auto will er rein sehen warum tust du das immer immer so so die benzinschnüffeltour ich weiß da war ein auto und ich habe nicht rein gesehen aber das kommt noch dran die super da 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 mußt da schon wieder gegossen werden, wahnsinn oder Johl das ist echt heftig echt heftig 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 da 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 so wir laufen da mal hier da haben wir hier nö hier Ja. So, der ist voll. Der ist auch voll. Ja. So, der ist voll und der ist fast voll. So, dann will ich noch in die Garage. Ich hätte das Licht beim Auto abdrehen sollen. So, da haben wir noch eine Zündkerze. So, den tauschen wir aus. So, dann hier. Da kommt noch mehr Reifen und eine Motor. Bitte, bitte. So, wie weit? Fertig, fertig. Wahnsinn. So, die sind natürlich schon auf Minus. Oh, sehr cool. Auf Minus. Ja, egal. Ich überhole dich. So, wir brauchen leider Hammer. Ja, was ist, wenn wir igniten? Ignite. 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 Nein, wir verbrauchen so viele Erholungen. 39 Minuten, super ist das. Na, 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 na. Na, 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 na. So, mal schnell Rendern. Das Rendern dauert immer so lang. Ah, 0,6. Die könnte man wieder erneuern. Bis auf eins. Mit der Methode. Die Methode. Es ist die Methode. So, die zwei lassen wir da. Die haben Minus. Die werden wir dann gleich verarbeiten. Das wird gut. So, was haben wir da drin? Schokoriegel. Schokoriegel, fast alles schon verdorben. Oh, wie gut, oh, wie gut. Fast alles verdorben. So, das trinken wir mal aus. Sehr gut. So, jetzt schauen wir. Sind sie schon? Medium. Sie sind Medium. Medium. Split One. So, den werfen wir da ein. Jetzt geht es eine Stunde. Medium. Es ist Medium. So, die Kohle nehmen wir inzwischen auch mal wieder raus. So, das wird ausgetauscht mit dem, mit dem, mit dem und mit dem. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir gehen zum Kühlschrank. Zum Kühlschrank geht er. Dann nehmen wir das da und das da. Das da, das da, das da. Dann werden wir das da nehmen. Da, hier, Essen. Jetzt verkohlen die. Sie sind verkohlt. Well done. Oh, burn. Oh, burn. Oh, burn. So. Um den Bruchteil einer Sekunde verpasst. Wie im richtigen Leben. So. Und die sind geburnt. Burned, burned, burned. Und. Didi, 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 didi. Oh, das kommt da rein. Also. Hm. Die Kohle. Die Kohle. Die ganze Kohle kommt hier rein. Da, 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 da. So, was haben wir noch dabei? Schrott. Schrott ist gut. So, Ästchen. Ästchen, Ästchen. Pfeile lassen wir. So. Didi, 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 didi. Das Licht müssen wir auf jeden Fall abdrehen. Hm, 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 hm. So, die kann man da rein, von mir aus. Ah, burn, burn, burn. Ah, ha, 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 ha. Nein. Ach, egal. Ursprünglich wollte ich das gar nicht. Wir drehen wieder auf. So, Zucker. Ja. Dann haben wir Wohntextilien. Die guten. Und hier Pfandflaschen. Ach ja, genau. Und wir brauchen natürlich wieder Verbände. Weil wir haben ja... Wir haben zwei benutzt. Genau. Dann fülle ich wieder mit zwei auf. Ja, das mache ich. Burn, burn, burn. So, und das ist well done. Das well done kommt natürlich in den Kühlschrank. Moment, das kommt da rauf. Das kommt da rauf. Dann kommt das da rein. Dann kommt das wieder runter. Warum auch immer ich das jetzt so schlichte, ich kann es mir selber nicht erklären. So, hier. Das legen wir da rein. Das ist super. Zwei Stunden, super. Wir verhetzen das einfach alles. So, das kommt hier hinein. Dann haben wir da noch zwei Ästchen. Blätter. Okay. Dann haben wir hier Federn. Federn. Ja, wir haben wieder zehn Federn. Federn. So, hier haben wir... Nö. Aber hier haben wir... Da, 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 da. Da, da, da. So, und ein Klebeband. Das gute Klebeband. So. Hm, 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 hm. Boah, dann haben wir da... Da legen wir das mal rein. So, das haben wir da. Nein, 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 ich mache ihm nicht die Tür auf, sonst rennt er wieder. Der rennt ja gleich los. Der kennt da nichts. Da, 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 da. Ist da jetzt was runtergefallen? Och, verdammt. Okay, dann räumen wir ein wenig weg. Ja, da passt nicht traurig. Schau uns Gott. Aber du rennst ja los. Wenn ich dir die Tür aufmache, ist die Höllenpforte geöffnet. So, wir schauen mal da. Wegen des Satzes. Och, haben wir viel Salz. Ich freue mich total über Salz. So, dann haben wir in diesem Kasten Nö. Aber in diesem Kasten Nö. Aber in diesem Nö. Nö. Wo ist denn... Ah, da ist er. Da, da, da. Da, 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 da. So, wir haben Salz. Wir haben... Okay. So, genau. Und die paar Teile, die ich da jetzt noch habe, die werden wir pökeln. Die da, die verbrannten. So, die werden wir wegräumen. Die werde ich verarbeiten. Ja, Batterien, super. Ja. Ich glaube, wir brauchen wieder einen Kasten. So, die legen wir da rein. Ich glaube wirklich, wir brauchen wieder einen Kasten. Ganz, ganz ernsthaft. Ist da was drin? Nö. Nö. Wir brauchen wieder einen Kasten. Einen Kasten. So, natürlich könnte ich die Batterien auch fachgerecht entsorgen. Das wäre schon in Ordnung eigentlich. Eigentlich wäre das wirklich in Ordnung. Ich meine, wir haben so viele Batterien, so viele Motoren kriegen wir nie zusammen, weil es ja auch nie welche gibt. So. Zwei Steaks Antibiotika, auch super. Macht kein Schwein. Tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Genau. Dann fehlt jetzt noch Pökeln. Nein, das will ich jetzt noch nicht machen. Pökeln und das Leder verarbeiten. So, da will ich mich mal reinsetzen. So, passt. Und Licht. Das war alles, was rausgefallen ist. Also wegen dem hätte ich jetzt... Ja, gut. Oh, ein Blatt. Naja, das nehmen wir schon mit. So. Damit keine Blätter am Hof rumliegen. Tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü. Okay. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. So, dann haben wir hier. Wunderbar. Wunderbar. So, wie schaut das da oben in den Rändern aus? Super sieht das aus. Das sieht echt gut aus. Na, 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 na. Na, 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 na. So, Steine und Ästchen. So, ein Stein. Und ein Ästchen. Ja. So, jetzt können wir das Leder verarbeiten. Also, Lederverarbeitung. Go. Na, 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 na. So, und aus Minus-Haltbarkeit Leder. Es ist super. Haben wir alles machen können. Na, 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 na. So, wir nehmen ein wenig Salz. Salz gibt Salz. Da, da, da. Da, da, da. So, wie viel haben wir da noch drinnen? Eine Stunde. Ich hoffe, das wird reichen. So, ich schaue mal. Ähm, hier, da. So, dann, dann kraften wir mal. Na, 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 na. Super. So, slightly rounded. Wahnsinn. Dann ist die Verwundung jetzt auch schon weg. Warum ich jetzt mitten in der Nacht darüber renne? Ich weiß es selber nicht. Dü, 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 dü. So, ja, dann würde ich sagen, tausch mir die einfach aus. Sehr gut. So, und jetzt schnell zurück, bevor wir uns die Nager nehmen. Sie nehmen uns. Ja, da siehst du die Tomaten an, oder? Ganz super Tomaten. Wo wollte ich hin? Zum Kühlschrank wollte ich. Ja, da. Eines muss in den Kühlschrank. Ein Stück. Ja, der Bär hat sich schon, also ausgezahlt kann man jetzt so nicht sagen, aber es war schon okay. So. Jetzt sind wir voll. Jetzt machen wir das hier. Wunderbar ist das. Wunderbar. So, dann holen wir uns draußen neues Wasser. Das neue Wasser. Es ist neues Wasser. So, das wird geteckend. Super. Tacken. Wie schauen wir das jetzt aus mit dem anderen Wasser? So, wir haben da unsafe, 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 unsafe. Okay, gut, das werde ich mal um, ja, das können wir dann, das können wir dann vielleicht, ja, das heißt vielleicht, wir müssen sowieso, wir müssen den Alkohol wieder anschmeißen, den neuen. Ah, verdammt, ich wollte ja den Plan, den Plan, den Plan, ja, den Plan, den Plan, ja, den wollen wir auf jeden Fall machen. So, da warte ich aber noch, also, wir brauchen auch eine neue Spitzhacke, ja, wir brauchen einiges. So, was ist da drin? Nix, was ist da drin? Ja, die tollen Brettchen. Super. Oh, habe ich gerade einen Lönager? So, Tür zu, wo auch immer die Damen sind. Oh ja, unsere Goldvorräte. Ja. So, dann schlafen wir mal. Na, da freue ich mich. Ja, wir haben was gehört, aber, ernsthaft, ich möchte das durchtauchen. Ja, einmal durchschlafen, so richtig durchschlafen. So, ach, guten Morgen. Guten Morgen. So, das werden wir essen. Wenn die Werte voll sind, möchte ich nämlich speichern. Warum? Weil ich es Sinn mache. So. Super. Hi, Kate. Äh, Rachel. Sorry. Nein, ich habe sie falsch genannt. Sie wird jetzt ewig auf mich böse sein. So, wir werden das gleich decken. So, jetzt schauen wir uns noch das Gemüse an. Das verschlingt so Unmengen Wasser. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So, meine Lieben, dann würde ich aber auch sagen, ja. Das war es auch mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich für's dabei sein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 난 dich ver give her. Tschüss. Tschüss.